An welches Ereignis, welche Situation im Herbst 1989 erinnerst du dich besonders bzw. war für dich bis heute besonders einprägsam? Also es war ja sozusagen der Umbruch, dass so die alten Gruppen aufhörten und wir dann in den alten Gruppen nicht mehr so aktiv waren, weil es sich was Neues gebildet hat und es war da gerade in dieser Zeit eigentlich so die ersten Vorbereitungstreffen zur Vereinigten Linken und dann eigentlich auch so der Beginn mit der Idee von Telegraph, also irgendwie sowas Neues, ein neues Medium irgendwie zu gründen und natürlich der 4. November auch die große Demonstration am Alexanderplatz. Wie würdest du deine politischen Positionen damals beschreiben? In der linken Oppositionsszene, wo ich aktiv war, gab es ja die verschiedenen Richtungen, Marxisten, Sozialisten, Libertäre und so weiter. Und tja, ich war wahrscheinlich eher so ein libertärer Kommunist, hatte ich immer dann sowas so als Formulierung benutzt. Wo warst du im Herbst 1989? Das Interessante ist ja immer, dass wir bei Großereignissen, das war ja auch davor schon so, 1. Mai oder auch 7. Oktober 1988 und so weiter, was man heutzutage dann immer gerne verschweigt, waren ja viele Leute aus den Oppositionsgruppen, gar nicht in der Stadt, die sind eigentlich ja abgehauen, einerseits wegen Observierung und Ärger und all so ein Kram. Und bei mir war das auch so, ich bin am 5. Oktober für eine Woche nach Vilnius, nach Litauen, gefahren. Und hatte dann dort Gespräche mit den ganzen neuen Gruppen, die es in Litauen gab. Und das erste Mal wurde ich konfrontiert mit der Frage, warum wir nicht als erstes wichtigstes Ziel, die Wiedervereinigung Deutschlands vorantreiben wollen. Das haben die mich so am 7. Oktober in Litauen gefragt. Die Opposition von dort. Und wir wussten natürlich gar nicht, was das soll, so eine Frage. Und haben das vehement irgendwie abgelehnt und gesagt, darum geht es gar nicht. Es geht um demokratischen Sozialismus in der DDR. Ja, und ja. Und dann bin ich irgendeine Woche später eben wiedergekommen und war dann eine ganze Zeit in Berlin. Die Vorbereitungsgespräche und Treffen mit Vereinigte Linke, dann gab es ja auch so Vorbereitungstreffen für 4. November für die Großdemo. Also mit dem ersten großen schwarzen Block, den wir ja auch so wollten. Und dann eben, wie geht es weiter mit den anderen Gruppen? Also Kirsch von unten, wo ich aktiv war, oder Friedenskreis Friedrichsfelde war eigentlich komplett dann zu Ende. Und die Zeitung, wo ich dann damals mitgemacht hatte, Friedensfelder Feuermelder, gab es dann auch nicht mehr. Und dann eben die Idee, einen Telegraph irgendwie zu gründen, wo es dann auch erst ein Treffen gab. Und Telegraph war ja so eine Nachfolgezeitschrift. Also es gab ja früher die Umweltblätter. Das war die größte Oppositionszeitung in der DDR. Mit der höchsten Auflage und weit verbreiteste. Und da im Oktober aber alles ganz schnell ging und die Umweltblätter eigentlich alle paar Monate, die am Ende dann nur noch erschienen sind, am Anfang war jeden Monat, gab es dann die Idee von Wolfgang Rüttenklau, so von Umweltblättern, dass man eigentlich was Schnelleres braucht als Medium. Und er hat dann versucht, eben verschiedene Leute anzusprechen von verschiedenen Oppositionszeitungen. Und neben Umweltblätter und Friedensfelder Feuermelder war Grenzfall, Kontext, Antifa-Infoblatt und so weiter. Und da wurde ich auch mit angefragt. Und da gab es dann eben, wurden dann die ersten Nummern vom Telegraph produziert, die auch am Anfang aller zwei, drei Tage erschienen sind und bis eben heute, 30 Jahre später, ein, zwei Nummern im Jahr noch erscheinen. Was hätte deiner Meinung nach politisch oder gesellschaftlich mit der DDR geschehen sollen? Was ich mir gewünscht hätte, ist ja eigentlich, ich biete überhaupt keinen Belang, ist nicht von Belang, weil es eben die Realität eine ganz andere war. Und natürlich hätte ich mir gewünscht, dass die Mauer so schnell nicht aufgemacht werden wird, so wie sie gemacht worden ist. Und dass also mehr Zeit gewesen wäre, um bestimmte Dinge auch in den Betrieben und sonst wo auszuprobieren. Aber mit der Maueröffnung war alles hinfällig. Und es ging ja dann nur noch darum, eigentlich gegenzusteuern, gegen das, was jetzt neu sich entwickelte. Und man hat dann auch ziemlich schnell gemerkt, irgendwie, dass das ab November dann eben in eine andere Richtung ging von den Leuten, die auf der Straße waren. Das vorherrschende Bild vom Herbst 89 erzählt, dass die Menschen nur wegen Mauerfall und deutscher Einheit auf der Straße waren. War das so? Für die war das ja auch was ganz Neues. Also wir sind ja in der Opposition, wir waren ja eine totale Minderheit. Und die auch teilweise ja schon so Erfahrungen in den Jahren vorhatte mit Protestaktionen, Öffentlichkeit und so weiter. Aber die meisten, die dann plötzlich auf der Straße waren, für die war es ja was ganz Neues. Und denen ging es, glaube ich, erst mal darum, so einen Frust irgendwie abzulassen. Und eigentlich hatte jeder irgendwie so ein paar Ideen oder Träume, wo man sagt, so, das sind das, das muss anders werden. Und das andere ist, denke ich, wenn es um Wiedervereinigung ging, das kam ja dann wirklich Dezember langsam. Und das ist, ich glaube, bis heute nicht so richtig wirklich aufgearbeitet worden, warum so ein schneller, warum die Leute so schnell irgendwie darauf eingegangen sind. Also hat man ja in Leipzig dann ganz schnell gemerkt, wo es dann plötzlich irgendwie Deutschland eigentlich Vaterland ging. Also dass im März plötzlich irgendwie Allianz für Deutschland so viel Stimme gekriegt hat, hat, glaube ich, auch viele erstmals Oppositionen geschockt. Und auch Leute, die im Herbst 1989 aktiv wurden, weil sie das auch nicht verstanden haben, wie schnell sowas gehen kann. Man muss ja irgendwie im Kopf haben, dass ein Jahr vorher Kommunalwahlen in der DDR waren. Und wenn man auch die ganze Wahlfälschung, die es da gab, irgendwie jetzt einrechnen würde, da haben ja trotzdem 80 Prozent der DDR-Bürger abgenickt zu dem, was in der DDR weiter sein sollte. Und ein Jahr später waren die komplett anders. Wollten die dann CDU und Kohle und so weiter. Und ich denke schon, dass es auch die Illusion war, dass man eben auch dachte, dass man dann wie die Wester wird, dass man auch so viel Geld verdient, dass man auch ganz Wohlstand und so weiter dann auch hat. Und dass es dann nicht, also sie haben damit nicht gerechnet, die im März irgendwie das gewählt haben, dass dann ein Teil von denen dann plötzlich arbeitslos wird und dass die ganzen Betriebe zugemacht werden und so weiter. Sondern es war so eine Illusion und so ein Traum, der sich eben dann nicht erfüllt hat. Was ich ja auch interessant finde, wenn du anguckst, es gibt noch ein paar ganz wenige Gruppen, die es immer noch gibt, die schon zu den Erdzeiten Opposition waren. Also wie in Berlin Kirche von unten, wie in Jena JG und wie in Erfurt Offene Arbeit, die teilweise sogar noch von den gleichen Diakonen geleitet werden wie schon Mitte der 80er. Und so sagen, das sind die Originale. Und wenn du da hingehst, die greifen sich natürlich alle an den Kopf von denen, was heutzutage so erzählt wird zur Wende und zur DDR und zur Opposition. Und da ist es dann, merkst du irgendwie, das sind auch die Alten und die sehen das auch alle anders. Innerhalb der Linken wird die Zeit der sogenannten Wende heute meist vor dem Hintergrund des erstarkenden Nationalismus und Neonazismus nacherzählt. Wie hast du das Auftreten von Deutschland und Reichskriegsfahnen sowie den kippenden Spruch, wir sind das Volk, zu wir sind ein Volk, damals wahrgenommen? Ja, die erste Demo in Berlin, also Leipzig war ja immer schneller und da war das ja auch schon eher. Aber das erste Mal, wo ich das ja so gesehen habe auf Demonstrationen, es waren ja, muss man ja dann nochmal sagen, dass also Oktober, November waren eigentlich jeden Tag Demonstrationen in Berlin auch und an manchen Tagen mehrere. Und dann gab es eine Demonstration zum Runden Tisch, wo sich der Runde Tisch irgendwie gegründet hat. Und da waren die ersten Deutschlandfahnen in Berlin. Und in Berlin war das dann in der Zeit schon noch so, dass es so geprägt war, die Demonstrationen von Leuten, die mit Wiedervereinigung überhaupt nichts am Hut hatten und wo es dann auch Rangeleien gab um die Fahnen, also wo die dann versucht worden sind wegzureißen und so weiter. Und dann hat sich das ziemlich schnell, denke ich mal, also in Berlin zumindestens geteilt, dass es also plötzlich dann verschiedene Demonstrationszüge gab zu bestimmten Themen. Es gab ja dann im Dezember die große Anti-Kohl-Demo, wo natürlich klar war, dass keine Deutschlandfahnen auftauchten. Und die, die dann Deutschlandfahnen hatten oder auch sowas wollten, die hatten dann sich woanders getroffen und haben für was anderes demonstriert. Also es gab dann plötzlich schon einen Bruch, dass es eben nicht mehr die gemeinsamen Leute auf der Straße waren. Was kann die linke Bewegung heute von der Bewegung damals lernen? Sag mal, einer von den großen Niederlagen, die wir im Herbst 89 sehen mussten, war ja eigentlich, dass wir in den Jahren, was wir vorher gemacht haben, in der Opposition und in kirchlichen Kreisen und auch anders, irgendwie, dass das ganz schnell alles weg war. Also wo du dann dachtest, hast eigentlich jahrelang bestimmte Arbeit betrieben und dann fragst du dich, nun hast du damals natürlich erst schon wenig Leute erreicht, dann gab es mal im Herbst 89 eine kurze Zeit und danach hast du dann plötzlich auch wieder wenig Leute erreicht. Irgendwie warst du wieder in der Situation, dass du eigentlich wieder in der Opposition warst. Und eines, denke ich, was man eigentlich lernen könnte, ist, man hat zu lange im Herbst 89 zugeguckt. Also dass sich irgendwie was entwickelt, man hat ja immer gesagt, man kann ja nicht so wie eine Partei oder irgendwas irgendwie sich vorne anstellen oder heransetzen, sondern die Leute selber müssen sich organisieren und müssen selber in den Betrieben und in den Stadtteilen und so weiter. Und ich glaube, da hat man zu lange zugeguckt und abgewartet. Also man hätte wahrscheinlich viel aktiver auftreten müssen und auch bestimmte Dinge bestimmen müssen und versuchen müssen, was zu entwickeln. Die Vertreter von den Gruppen, die am runden Tisch waren, die haben sich, glaube ich, zu schnell in eine neue Rolle hinein gefunden als Politiker. Also die meinten dann plötzlich, sie sind eigentlich auch Politiker, das könnte auch Parlament sein oder so weiter und haben dann vernachlässigt die Basisarbeit außerhalb davon. Also man kann schon beides machen. Und wenn du sagst, irgendwie die Volkskammer auflösen, ich glaube selbst, also nach der Maueröffnung waren die Wahlen auch nicht anders gelaufen als im März oder so. Es gab ja immer kleine Versuche, also irgendwie in den Betrieben irgendwie das Ruder selbst in die Hand zu nehmen, also meist in Kleinbetrieben und sowas. Aber das Problem war ja, dass wir alle eigentlich nicht so richtig vorbereitet waren. Also das, was im Herbst 89 passiert ist, im Frühjahr 89 niemand von uns hätte sich erträumen lassen oder gedacht, dass es so kommen wird. Also es gab überhaupt keine Vorbereitung zu sagen, wenn das so, dann muss aber das so. Und das ist eben jetzt anders. Also man hat natürlich jetzt ewig Zeit, so sich was vorzustellen und zu denken, wie müsste dann eigentlich sowas vonstatten gehen. Und das hatten wir eben damals nicht. Ich komme aus dem Land, was es nicht mehr gibt. Das Land ist längst in alle Winde zerstiebt. Jetzt laufe ich alleine durch ein großes Westdeutschland. Krieg romantische Gefühle, sehe ich eine kaputte Wand. Ich komme aus dem Land, was es nicht mehr gibt. Das Land ist längst in alle Winde zerstiebt. Jetzt laufe ich alleine durch die weite Welt und frage mich, ob es mir gefällt und frage mich, ob mir das gefällt.